In Brasilien herrscht landesweit Trauer, denn bei einem Flugzeugabsturz sind fünf Menschen ums Leben gekommen, darunter auch die in dem Land sehr berühmte Sängerin Marília Mendonça, Gewinnerin des Latin Grammy. Die hatte auf ihrem Instagram-Account noch kurz vor dem Start zwei Videos von sich veröffentlicht. Zur Absturzursache gab es zunächst keine Angaben. Neben der Sängerin kam ein Onkel der 26-Jährigen, ihr Produzent und beide Piloten ums Leben. Untertitelung des ZDF, 2020